Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BastiLiest, es geht weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens, ich freue mich dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Das nächste Kapitel, Gilderoy Lockhart. Am Tag darauf jedoch hatte Harry kaum etwas zu grinsen. Vom Frühstück in der großen Halle an ging es bergab. Die vier langen Haustische unter der magischen Decke, heute im wolkigen trübigen Grau, ächzten unter ihren Lasten aus Schlüsseln mit Haferbrei, aus ihren Schüsseln mit Haferbrei, Platten vollgeräucherte Heringe, Teller mit Eiern und Schinken und Bergen von Toastbrot. Harry und Ron setzten sich an den Tisch der Gryffindors, neben Hermine, die Abstecher mit Vampiren aufgeschlagen, gegen einen Milchkrug gelehnt hatte. Ihr Morgengruß klang ein wenig steif und Harry spürte, dass sie immer noch die Art und Weise, wie er und Ron nach Hogwarts gelangt waren, missbilligte. Neville Longbottom dagegen begrüßte sie fröhlich. Neville war ein rundgesichtiger und unfallträchtiger Junge mit dem schlechten Gedächtnis von allen Menschen, die Harry jemals kennengelernt hatte. Die Post müsste gleich kommen. Ich glaube, Oma schickt mir ein paar Sachen, die ich vergessen habe. Tatsächlich hatte sich Harry gerade auf seinen Haferbrei hergemacht, als auch schon ein Rauschen über ihren Köpfen zu hören war und gut hundert Eulen hereinströmten. In der Halle kreisten und Briefe und Päckchen in die schnatternden Schülerschar fallen ließen. Ein großes, klumpiges Paket prallte von Neville's Kopf ab und einen Augenblick später fiel etwas Großes und Graues in Hermines Krug und bespritzte sie, alle mit Milch und Federn. Errol sagte Ron und zog die betröppelte Eule an den Beinen aus der Milch. Errol sackte ohnmächtig auf dem Tisch zusammen, die Krallen in die Luft gestreckt und einen feuchten, roten Umschlag im Schnabel. Oh nein, seufzte Ron, schon gut, er lebt noch, sagte Hermine und tätschelte Errol sanft mit den Fingerspitzen. Das ist es nicht, sondern das hier, Ron deutete auf den roten Brief. Harry kam es ganz gewöhnlich vor, doch Ron und Neville sahen ihn an, als würde er gleich explodieren. Was ist denn los, fragte Harry. Sie, sie hat mir einen Heuler geschickt, sagte Ron mit matter Stimme. Mach ihn lieber auf, Ron, flüsterte Neville ängstlich, sonst wird es nur noch schlimmer. Meine Oma hat mir mal einen geschickt und ich habe ihn nicht beachtet und, naja, er schluckte. Es war schrecklich. Harry betrachtete ihre versteinerten Gesichter und dann den Brief. Was ist ein Heuler? fragte er. Doch Rons Aufmerksamkeit war ganz und gar auf den Brief gerichtet, der an den Ecken zu rauchen begonnen hatte. Mach ihn auf, sagte Neville. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Ron streckte zitternd die Hand aus und zog den Umschlag aus Errols Schnabel und schlitzte ihn auf. Neville steckte die Finger in die Ohren. Dem Bruchteil einer Sekunde später wusste Harry warum. Ein Moment lang dachte er, der Brief wäre tatsächlich explodiert. Ein ohrenbetäubendes Trönen erschütterte die riesige Halle und Staub rieselte von der Decke. Den Wagen zu stehlen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie dich rausgeworfen hätten. Wart ab, bis ich dich in die Finger kriege. Natürlich hast du nicht daran gedacht, was dein Vater und ich durchmachen mussten, als wir sahen, dass er weg war. Mrs. Weasleys Geschrei hunderte Mal lauter als sonst ließ Teller und Löffel auf dem Tisch erzittern und halte krellend laut von den steinernden Wänden ab. Alle Köpfe in der Halle wirbelten herum neugierig, wer den Heuler bekommen hatte. Und Ron versank so tief in seinem Stuhl, dass nur noch seine puberrote Stirn zu sehen war. Brief von Dumbledore gestern Abend. Ich dachte, dein Vater würde vor Scham sterben, nach allem, was wir für dich getan haben. Du und Harry hättet euch den Hals brechen können. Harry hatte sich bereits gefragt, wann sein Name fallen würde. Anstrengend versuchte er, den Eindruck zu erwecken, als ob er die Stimme, die in seinem Trommelfellen dröhnte, gar nicht hören würde. Eine unglaubliche Schande. Dein Vater hat eine Untersuchungskommission auf dem Hals. Und wenn du dir noch einmal den kleinsten Fehltritt erlaubst, holen wir dich sofort nach Hause. Krabbesstille machte sich breit. Der rote Umschlag, den Ron auf den Tisch fallen gelassen hatte, flammte auf und zerschrumpelte zur Asche. Harry und Ron saßen sprachlos da, als wäre eine Flutwelle über sie hinweggegangen. Ein paar Schüler lachten und allmählich stellte sich wieder munterndes Geplapper ein. Hermine klappte Abstecher von Vampiren zu und sah hinab zu Ron. Nun, ich weiß nicht, was du erwartet hast, Ron, aber du sag bloß nichts. Ich habe es verdient, fauchte Ron. Und sieh an. Harry schob den Haferbrei beiseite. Seine Eingeweide brannten vor Schuldgefühlen. Mr. Weasley musste im Ministerium eine Untersuchung über sich ergehen lassen, nach allem, was Mr. und Mrs. Weasley diesen Sommer für ihn getan hatten. Doch er hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Professor McGonagall ging am Tisch der Gryffindors entlang und verteilte Stundenpläne. Harry nahm den Seinen und stellte fest, dass er als erstes eine Doppelstunde Kräuterkunde zusammen mit den Hufflepuffs hatte. Harry, Ron und Hermine verließen zusammen das Schloss und gingen durch den Gemüsegarten hinüber zu den Gewächshäusern, wo die Zauberpflanzen gezüchtet wurden. Zumindest für eins war der Heuler gut gewesen. Hermine dachte nun offenbar, sie seien genug gestraft worden und war wieder ausgesprochen freundlich zu ihnen. Sie näherten sich den Gewächshäusern und sahen schon die anderen aus der Klasse draußen auf Professors Braut warten. Kaum waren Harry, Ron und Hermine hinzugetreten, kamen sie auch schon über den Rasen geschritten. In Begleitung von Gilderoy Lockhart. Professors Braut trug einen Arm voll Mullbinden und mit einem erneuten Anflug von Schuldgefühlen erkannte Harry in der Ferne die peitschende Weide, die nun etliche Zweige in Bandagen hatte. Professors Braut war eine untersetzte kleine Hexe mit einem Flickenhut auf ihrem wieder wie Wind zerzausten Haar. Meist hatte sie eine ganze Menge Erde auf ihren Kleidern und beim Anblick ihrer Fingernägel wäre Tante Petunia in Ohnmacht gefallen. Tadellos gekleidet war dagegen Gilderoy Lockhart mit seinem wehenden, türkisformenden Umhang. Sein goldenes Haar schimmerte unter einem perfekt sitzenden, türkisformenden Hut mit Goldrand hervor. Oh, hallo, hallo, rief Lockhart und strahlte die versammelten Schüler an. Hab eben Kursprofessors Braut erklärt, wie man eine peitschende Weide richtig verarztet. Aber ich möchte nicht, dass ihr jetzt denkt, ich sei besser in Pflanzenkunde als sie. Auf meinen Reisen sind mir nur zufällig einige dieser Exoten begegnet. Gewächshaus 3 heute, Freunde, sagte Professors Braut, die nicht wie sonst immer fröhlich, sondern unverkennbar miesepetrig drehen sah. Ein neugieriges Gekrummel lief durch die Umstehenden. Bisher hatten sie nur in Gewächshaus 1 gearbeitet. Gewächshaus 3 beherbergte viel interessantere und gefährlichere Pflanzen. Professors Braut nahm einen großen Schüssel von ihrem Gürtel und schloss die Tür auf. Der Geruch von feuchter Erde und Dünger drang an Harrys Nase, vermischt mit dem schwarzen Parfümduft einiger riesigen schimmernden Blumen, die von der Decke herabhingen. Er wollte gerade hinter Ron und Hermine eintreten, als Lockhart blitzartig die Hand ausstreckte. Harry, ich wollte kurz mit Ihnen sprechen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn er ein paar Minuten später kommt, nicht wahr, Professor Sprout? Nach Professor Sprouts Stirnrunseln zu schließen, hatte sie eine ganze Menge dagegen, doch Lockhart sagte wunderbar und schlug ihr die Gewächshausstür vor der Nase zu. Harry sagte Lockhart kopfschüttelnd und seine großen weißen Zähne blitzen. Harry, Harry, Harry. Harry schwieg völlig verdutzt. Als ich davon gehört habe, nun, natürlich war alles meine Schuld. Ich hätte mich ohrfeigen können. Harry hatte keine Ahnung, wovon er redete. Das wollte er gerade sagen, als Lockhart fortfuhr. Weiß nicht, ob ich mich jemals so erschrocken habe, einen Wagen nach Hogwarts zu fliegen. Nun, natürlich wusste ich sofort, warum sie es getan haben. War eine ganz große Sache. Harry, Harry, Harry. Erstaunlicherweise konnte er jeden einzelnen seiner blitzenden Zähne zeigen, selbst wenn er nicht sprach. Haben Sie auf den Geschmack gebracht, was öffentliches Aufsehen angeht, nicht wahr, sagte Lockhart. Es hat sie gepackt. Sie sind mit mir auf die Titelseite gekommen und wollten es gleich nochmal probieren. Oh nein, Professor, sehen Sie. Harry, 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 sagte Lockhart, streckte die Hand aus und packte ihn an der Schulter. Ich verstehe. Ist doch nur natürlich, dass man ein wenig mehr will, sobald man davon gekostet hat. Und ich mache mir Vorwürfe, Sie darauf gebracht zu haben. Denn es musste Ihnen ja zu Kopf steigen. Doch sehen Sie mal, junger Mann, Sie können nicht einfach hingehen und mit Autos herumfliegen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Kommen Sie besser wieder auf den Boden. Wenn Sie älter sind, haben Sie noch genug Zeit für derlei. Ja, ja, ich weiß, was Sie denken. Der hat gut reden. Der ist ja schon ein weltberühmter Zauberer. Aber als ich zwölf war, war ich auch nur ein Niemand, genau wie Sie. Und eigentlich noch weniger als ein Niemand. Immerhin haben einige Leute schon von Ihnen gehört, oder? Diese ganze Geschichte mit jenen, dessen Namen nicht genannt werden darf. Er betrachtete die blitzförmige Narbe auf Harrys Stirn. Ich weiß, das ist nichts gegen meine Auszeichnungen. Fünfmal in Folge dem charmantesten Lächelpreis der Hexenwoche gewonnen. Doch es ist ein Anfang, Harry. Ein Anfang. Er zwinkerte Harry kumpelhaft zu und schritt davon. Harry blieb ein paar Sekunden wie angewurzelt stehen. Dann fiel ihm ein, dass er eigentlich im Gewächshaus sein sollte. Er öffnete die Tür und klitt hinein. Professor Sprout stand hinter einer aufgebockten Holzplatte mitten im Gewächshaus. Darauf lagen etwa 20 Paar verschiedenfarbener Ohrschützer. Harry stellte sich zwischen Ron und Hermine. Heute werden wir Alraunen umtopfen. Nun, wer kann mir die Eigenschaften der Alraunen nennen? Ich vermute mal, Hermine weiß genau, was Alraunen sind. Wir werden es erst im nächsten Portal fahren. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin und einen schönen Abend. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020